Ich habe das Intro jetzt extra ein bisschen länger laufen lassen. Damit war unser Intro vom kurzen Wechseln Nr. 9 länger als die Zeit bis zum 1-0 der Eisbahn Berlin in Krefeld. Am heutigen Sonntag, zu dem wir aufnehmen. Hallo Flo. Ich versuche noch diesen Satz zu verarbeiten. Die Eisbahn haben ja bei ihrem 5-2-Sieg in Krefeld nach 11 Sekunden das 1-0 gemacht. Ja, nee, ist richtig. Das Intro habe ich jetzt 13 Sekunden laufen lassen, bis ich was gesagt habe. Das ist schön. Ich habe an deinem Gesicht gesehen, dass du dich gefragt hast, sagt der jetzt mal irgendwann was? Ja, wo ist so, ey? Wir haben das schon vor 5 Minuten gesagt, drückst du jetzt Aufnahme? Ja. Sind wir hier bei ein bisschen Hockey oder was? Ja, wir sind bei, nee, wir sind bei Hauptstadt-Eis-Hockey. Nicht gut, nee, ich frage ja nur. Ja, manchmal verliere ich auch die Übersicht. Ja. Ach, wie geht's dir? Ja, alle Jude kommen aus dem Nachtdienst, daher ein bisschen längerer Tag, morgen geht's dann wieder stabil weiter und ja, so ein bisschen seelisch, moralisch auf die kommende Woche vorbereiten und ansonsten der gewohnte normale Wahnsinn. Deswegen, du kommst ja frisch vom Bock. Ja, ich, ja, frisch ist auch nicht mehr so, aber ja, ich war noch gerade arbeiten, ja. Wann bist du heute gefahren? Äh, S5. S5, S5. Wo geht die lang? Friedrichstraße, wa? Ja, auch. Nee, aktuell fährt die zwischen Wartenberg und Westkreuz. Okay. Wegen Bauarbeiten. Normalerweise Strausberg-Nord. Bist du schon diese ganz neue S-Bahn gefahren, die seit Januar unterwegs ist? Nee, da habe ich noch keine, das ist ja, man muss ja quasi, man hat ja nicht nur den Eisenmann-Führerschein, Eisenmann-Führerschein, sondern man muss ja noch die Berechtigung der einzelnen Baureihen erwerben, um dann halt auch diese neuen Züge fahren zu dürfen oder andere Züge, deswegen habe ich den noch nicht fahren dürfen. Ich war bei einer Schicht, durfte ich mitmachen bei der Erprobung. Das war Anfang letzten Jahres. Wir hatten, das war glaube ich dieser erste Probe-Lockdown, als alle noch gesagt haben, wow, wir machen jetzt Pandemie und wir machen noch alle mit. Das war noch bevor alle wahnsinnig geworden sind oder viele wahnsinnig geworden sind. Da durfte ich mal so eine Erprobungsschicht mitmachen. Und ist schon gar nicht so schlecht, der Zug. Und bisher fährt der wohl auch ganz zuverlässig. Aber selber darf ich den noch nicht fahren. Ich hoffe, dass ich vielleicht dieses Jahr dann dazu komme, aber Chancen stehen jetzt nicht so gut. Ja, nee, ich kenne das Problem. Ich muss beim Bussimulator auch noch ein paar E-Busse freischalten. Ja, genau. Das ist ja genau, eigentlich ist es wie bei so einem Videospiel, man muss so nach und nach die einzelnen Level freischalten. Du musst doch Credits sammeln. Ja. Das ist dann wie bei Mario Kart. Ja. Er kommt ja auch auf den Ring zum Einsatz, da fahre ich ja auch nicht und dadurch ist es eh noch. Ja, wir kommen beim Bahn-Podcast mit Fritz Tramm. Genau, gut Gleis. Ja, gut Gleis. Ja, nee. Ja, das war mein heutiger Tag. Okay. Morgen will ich gar nicht wissen. Ist mir egal. Nö, morgen ist auch noch weniger interessant, ehrlich gesagt. Ja, dann lass uns zum Wesentlichen kommen. Ja, ey, ich war echt froh, dass ich heute während meiner Arbeit so ein bisschen auch aufs Handy schauen konnte und das Spiel in Krefeld verfolgen konnte und dass wir wenigstens ein halbwegs gutes Spiel haben, worüber wir heute sprechen können, weil das andere ist eigentlich ja mehr ärgerlich verlaufen. Wir sprechen natürlich über die beiden Spiele der Eisbären Berlin. Das eine war zu Hause gegen Düsseldorf. War das zu Hause? Nee, war in Düsseldorf. Stimmt, die waren in Düsseldorf. Wir hatten NRW-Woche. Genau. Und geht ja noch weiter, Dienstag ist ja in Köln, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Nee, Dienstag ist immer zu Hause. Ach man, ey, ich bin so durcheinander. Naja. Komm, welcher Tag ist heute? Sonntag? Ja, okay, alles klar. Puh. Unauffälliger Blick auf den Kalender? Ja, okay. Wie 17.1. hätte ich dir noch sagen können, weil das Datum musste ich heute schon mal schreiben, aber Tage, alle Schall und Rauch. Ja, willkommen bei den Profis. Weiter, bin ich gespannt. Das wird lustig heute. Ja, wird auch nicht. Auf jeden Fall das vergebene 3-1-Führung gegen die Düsseldorfer EG, darüber möchten wir sprechen. Und die daraus resultierende Niederlage und dann das, ja, deutliche 5 zu 1, beziehungsweise, wenn man auch, wenn man nicht nur in die Unterlagen schaut, sondern auch auf das, was auf dem Eis passiert. 5 zu 2, der Eisbären bei den Grefeld-Pinguinen. Aber ich will heute beginnen und zwar will ich heute schon zu Beginn der Episode meinen Gawanker der Woche vergeben. Du kannst dir deinen gerne aufheben, wenn du möchtest. Aber mein Gawanker der Woche geht an den Namensgeber des Awards, den wir hier jedes Mal vergeben und zwar an Leon Gawanker, der Anfang der Woche, nee, da kommst du dann durcheinander. In den letzten Tagen, macht das wie ich, relativier das immer ziemlich, wo wirst du schon richtig sein. In den letzten Tagen, und zwar am 14. Januar, in der Pressemitteilung hieß es, von den Winnipeg Jets zurückbeordert wurde nach Nordamerika. Ist wahrscheinlich formell auch so richtig, aber im Grunde geht es ja darum, dass er, die AHL plant ja jetzt auch ihren Saisonbeginn und insofern ist er da dann auch für die Manitoba Moose wieder fest eingeplant. Das ist ja das AHL-Farmteam der Winnipeg Jets und ja, Leon Gawanker bekommt meinen Gawanker der Woche. Einfach, weil er natürlich jetzt erstmal ja wieder zurück nach Nordamerika geschickt wurde oder beordert wurde, aber halt auch aufgrund seiner Leistung, sag ich jetzt mal, die er in dieser Phase, die er jetzt in Berlin verbracht hat, dem Magenta Sport Cup, da haben wir ja oft genug drüber gesprochen. Da war er ja der beste Spieler der Eisbären Berlin während des Magenta Sport Cups, bis die Eisbären in die Quarantäne mussten und auch jetzt zum Saisonbeginn der DEL-Saison fand ich ihn sehr auffällig. Man hat gemerkt, dass er gerade so in den letzten Spielen immer weniger zum Einsatz kam, beziehungsweise mehr als siebter Verteidiger aufgestellt wurde. Wahrscheinlich hat man da dann schon mehr oder weniger was geahnt bei den Eisbären, dass es irgendwann durchaus passieren kann, dass er zurückbeordert wird. Wir haben auf hauptstedeishockey.com auch einen Beitrag über die Lücke, die Gawanker hinterlässt. Es ist jetzt nicht so, dass Gawanker der wichtigste Spieler im System der Eisbären Berlin war bisher in der Saison, aber es ist schon so, und das hat Hannes sehr schön ausgearbeitet, es ist schon so, dass er schon Fußabdruck hinterlassen hat. Es geht um seine Spielweise bei 5 gegen 5, um seine Rolle im Powerplay, es geht um die Eiszeit, die er bekommen hat. Ich hatte mich mit Hannes ja so ein bisschen ausgetauscht, bevor er geschrieben hat. Es war schon interessant zu sehen, dass Gawanker auch so gerade im Vergleich zu Jonas Müller und Kai Wissmann schon immer so ein bisschen mehr den Vorzug hatte, vor allem auch was seine Offensive angeht, dass man ihm da mehr vertraut hat. Gleichzeitig hatte ich dann so für mich den Schluss, jetzt muss aber auch von Wissmann und Müller ein bisschen mehr kommen. Aber da reden wir gleich noch drüber, weil ich fand heute gerade im ersten Spiel, nachdem Gawanker nun jetzt nicht mehr dabei war, hat man gerade von Müller ein bisschen mehr gesehen. Ja, Leon Gawanker. Bis später. Ich denke nicht, dass wir Gawanker im Düsseldorf-Spiel das letzte Mal als Eisbär auf dem Eis gesehen haben. Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja. Also definitiv. Ich kann mich nur an dem anschließen, was du gesagt hast. Und wo bei mir dann die Info reinkam, ja klar, war halt ein bisschen schade, aber war halt absehbar, dass es dann doch irgendwann passiert wird oder so passiert. Weil du hast ja gesagt, die NHL läuft jetzt seit ein paar Tagen wieder, die IHL beginnt, also warum sollte er denn jetzt nach den Spielen, die er hier gemacht hat, nicht rüber, wieder rüber geschickt werden? Das wäre ja albern. Die haben ja sicherlich, haben ja sicherlich auch die Spiele gesehen. Also von daher, ja, ist so. Dann soll es so sein. Wenn man seit dieser Saison auch ein bisschen Zugriff auf so ein bisschen erweiterte Statistiken, also noch mehr als das, was Markus, also L'AV, bisher angeboten hat. Und zwar macht der Daniel Weinberger, der ist irgendwie Datenanalyst, glaube ich, von irgendeinem Team aus der Schweizer Liga. Da war er zumindest mal gewesen. Kommt da irgendwie aus der Mannheimer Ecke irgendwie daher. Und hat auch immer, gerade so, wenn es in der DEL so Richtung Playoffs ging, hat er immer so Grafiken aufgearbeitet und hat dann so Gewinnchancen von einzelnen Teams in den Serien quasi rausgearbeitet. Basiert dann alles so ein bisschen auf Wahrscheinlichkeitsrechnung und lässt dann die Teams da irgendwie 50.000 Mal gegeneinander antreten und dann am Ende sagt er, okay, Iceman in vier. Und der hat, dadurch, dass es ja bei der DEL die Schusspositionen quasi jetzt rausgearbeitet werden in den Daten, die die DEL anbietet, dass man ziemlich genaue Zeitangaben hat und die Eiszeiten der Spieler ziemlich genau hat. Und so hat er jetzt auf seinem Blog 5 plus Spieldauer, die 5 als Zahl und dann plus Spieldauer als Einwort.de quasi so ein umfassendes, ja, so umfassende Daten quasi jetzt bereitgestellt. Zusammen mit einem Kollegen macht er das. Das ist so ein bisschen, wer die NHL verfolgt, ja, erinnert alles stark an Corsica. Corsica.hockey war eigentlich so der Anlaufpunkt so für die ganzen Advanced Analytics und so, für die ganzen wirklichen Eishockey-Nerds, die so ein bisschen mehr als nur, ja, der hat aber eine schlechte Plus-Minus, der muss aber schlecht defensiv sein. So, weißt du? Ich wollte es nicht sagen. Oder wir brauchen mal einen Blue-Liner und dann guckst du auf so eine Statistik und sagst, ja, aber der Blue-Liner, der geil von der blauen Linie schießen kann, ist aber scheiße in der eigenen Zone, aber wir brauchen mal einen Blue-Liner. Na, egal. Auf jeden Fall hat er jetzt quasi, also daran ist das angelehnt und Corsica war halt, wie gesagt, die Anlaufstelle, deswegen ist es nicht schlecht, dass sie sich daran orientiert haben. Man muss sich natürlich ein bisschen einarbeiten, aber es gibt halt genügend Blog-Artikel. Ich habe früher auch irgendwann mal Blog-Artikel, bei den Hockey-Buddies haben wir drüber gesprochen, bei Bizzle Hockey wird es immer mal. Es wird irgendwie immer irgendwo erklärt. Auf jeden Fall gibt es, und die kennt man jetzt auch schon vom Fußball, die Statistik, Expected Goals. Es ist so eine lange Rampe für das, was ich sagen will, ne? Expected Goals ist quasi auch so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einem Spieler auf dem Eis. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft mit diesem Spieler auf dem Eis ein Tor schießen wird? Und da war Leon Gawankke ist dort ligaweit auf Platz zwei, hinter Stefan Espeland. Was halt dann auch nochmal dafür spricht, dass Leon Gawankke gerade offensiv einen sehr positiven Input auf das Spiel der Eisbären Berlin hatte. Geht's? Es geht, ja, es war, wie gesagt, es war eine lange Rampe, nur um die Statistik zu droppen. War zwischendurch schaukeln. Ja. Und das Ganze ist bei fünf gegen fünf, also was dann halt auch nochmal, also wenn man natürlich dann sagt, ja, Gawankke spielt ja auch Überzahl oder hat ja auch Überzahl gespielt. Ist ja klar, dass er wahrscheinlich bei vielen Toren beteiligt sein könnte oder dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn er auf dem Eis steht, dass Tore fallen. Nee, die Zahl ist bei fünf gegen fünf, was dann quasi auch nochmal mehr verdeutlicht. Also man versucht bei diesen Statistiken auch eher mal Richtung fünf gegen fünf zu gucken, weil Powerplay und Penalty Killing sind dann nochmal so speziell in sich. Und man will ja gucken, bei gleicher Spieleranzahl, welche Mannschaft ist da besser, welcher Spieler ist da besser, welcher Spieler hat mehr Input auf das Spiel. Das war ja auch zum Beispiel mein Ansatz letztes Jahr, als ich mich so darauf gestürzt habe, dass Marc Olver so total unterschätzt ist. Immer noch in meinen Augen total. Kommen wir auch gleich noch zu, wenn wir über das Krefeldspiel sprechen. Ich habe auch ehrlich gesagt mehr zum Krefeldspiel zu sagen, obwohl das eigentlich, aber ja. Ich merke schon. Ja, aber das glaube ich, weil es noch sehr frisch ist. Ja, auf jeden Fall. Naja, das eh, wenn du überlegst. Also zwischen den zwei Spielen war ja fast eine Woche. Ich musste mir hoch, wo ich heute nach Hause komme, musste ich mir erstmal das DEG-Spiel nochmal angucken, weil bis auf das Ergebnis hatte ich nichts mehr im Kopf wirklich, ob es da jetzt irgendwas gab. Von daher musste ich mir dieses glorreiche Spiel zweimal angucken. Auch was ganz Besonderes. Ja. Aber hat ein bisschen Druck rausgenommen, ne? Weil du weißt ja, wie es ausgeht. Du hast es aber nicht in voller Länge nochmal geguckt. Ne, die Pausen habe ich übersprungen. Also, wow, okay, krass. Ja, ich brauche halt ein bisschen länger. Ne, aber ich hätte ja sein können, dass du sagst, okay, ich gebe mir nur die Highlights, aber dass du dir echt dann nochmal das ganze Spiel gibst. Ne, weil die Highlights, die Highlights finde ich manchmal zu schwach und dann will ich auch einfach mehr sehen als nur die Tore. Ja, okay, verstehe ich. Das ist ja das, was wir halt immer sagen. Du siehst, also ein Tor entsteht ja nicht erst, wenn geschossen wird, sondern ein Tor entsteht ja teilweise schon zwei, drei Wechsel davor. Ja. So, und irgendwann empfindest oder bekommst du ja ein Gefühl, auch wenn du nur Eishockey geschaut hast. Also, ich habe ja nie Hockey gespielt. So, meine größte Karriere war mal am Postbahnhof beim Fieseln, weißt du? Ja. Mit den Chrisley-Bären, so ein Jahr und Meisterschaft gewonnen, Alter. Wolfsburg. Nein, Berlin-Chrisleys heißen die. Ja. Die waren halt beim Street-Hockey und da war ich eh eine Saison mit dabei und dann sind wir Meister geworden. Aber das war? Erfolgsgarant. Das hat an mir gelegen, tatsächlich. Und, ne, aber ich sag mal, von daher so, kriegst du ja ein Gefühl, wann was passiert, wie sich was aufbaut. Und das will ich halt auch einfach sehen. Ich will nicht nur die Tore sehen, ich will dann auch mal den einen oder anderen schönen Scheck sehen oder coole Situation. Und das kommt bei manchen Highlights einfach zu kurz. Also auch unabhängig von der DEL, sondern auch mal NHL sieht man das auch. Ich habe mir jetzt gerade, ich hoffe, es war jetzt nicht in der Aufnahme, wenn man jetzt gerade kurz so Sounds gehört hat. Ich habe den Ticker nochmal aufgemacht auf der DEL-Seite und dann startet dieses, also Videos, die automatisch starten, sind sowieso das Schlimmste im Internet. Aber ja, da startet ja immer dann das Highlight-Video. Ich wollte nur nochmal da reingehen. Ja, aber ich mache das auch gerne. Also auch, weil man ja, man möchte ja auch dann gerade nach so einem Gegentor oder so dann auch gerne mal sehen, wie reagiert jetzt die Mannschaft, die gerade das Tor kassiert hat. Oder ja, wie du sagst, halt auch die Entwicklung, die ja meistens schon viel früher anfängt. Also in den Highlights sieht man ja häufig nur den Pass und dann den Abschluss. So, man sieht gar nicht so jetzt gerade bei Powerplay, so wie ist das Powerplay aufgebaut, vielleicht wie ist die Mannschaft in die Zone gekommen und hat sich dann da festgesetzt. Welche Chance war vielleicht kurz davor noch, aber halt also nicht kurz davor im Sinne von Nachschuss, sondern so eine halbe Minute vorher. Und das fehlt häufig in den Highlights, das ist halt, ja, gerade bei Magenta, wo die Highlights halt ja immer nur so sechs, knapp sechs, fünf bis sechs Minuten lang sind. Naja, die NHL macht es ein bisschen besser, da hat man ja immer die Optionen zwischen den normalen Highlights, die auch so kurz sind, wo auch nur die Tore drin sind, und diesen verlängerten Kondensgames heißen die, die dann schon mal so zwölf, 15 Minuten lang sein können. Wo dann auch nochmal ein paar Chancen mehr sind, wo du vielleicht auch mal, ja, eine Situation siehst, die man so in einem Highlight-Video vielleicht nicht erkennt, einfach nur um einen Kontext zu geben. Und der Kontext ist schon, finde ich, beim Eishockey immer wichtig, auch gerade in den Zusammenfassungen. Ja, aber ich glaube, da bist du dann halt schon wieder auf einer sehr speziellen Ebene, die dann, also ich sage mal, so wie uns, uns interessiert das halt, wie was entsteht. So, ich glaube aber für, das soll jetzt nicht gemein klingen, aber so für den 0815-Eishockey-Gucker, sind halt die Tore interessant. Wie sind die gefallen, wie sahen die aus und sonst was. Also von daher, ich kann halt beides verstehen. Ja, aber guck mal, zum Beispiel. Wir sind da vielleicht, also wir sind da einfach auf einem anderen Level. Das stimmt. Was das angeht. Das ist mein schönes Beispiel halt immer, es gibt ja immer so ein, zwei Klamotten im Fanshop, wo du denkst, okay, hey, wer kauft das? Ähm, und, oder, oder die Leute, die halt jedes Jahr ein neues Trikot holen oder sowas, wo du denkst, okay, wozu brauchst du das? Aber die, das ist halt bei denen was anderes. Das ist halt, es gibt Leute, die brauchen das, die wollen das vor allem so, die fühlen sich damit wohl, das ist ihr Fanleben. Und dann soll man es auch haben. So, deswegen, also, ich kenne das halt von mir, da guckst du, oder hab mich auch schon öfters erwischt, wo du dann mal so schief guckst und denkst, aber wer bist du denn? So, also von daher kann ich halt da, hier und da manches nachvollziehen. Ja, ich meine nur, also was, was so den Kontext angeht, zum Beispiel, ähm, Opa musste ja heute noch Abendschau und Tagesschau gucken. Ja, du, ey, ich hab kurz gedacht, du willst mich verarschen. Ich guck noch schnell Tagesschau und dann melde ich mich. Ähm, hat der das jetzt ernst, oder geht der jetzt einfach noch in den Rohren? Nee, äh, aber tatsächlich in der Abendschau war, äh, im Sportteil, war das Eisbärenspiel das erste Thema. Nee. Da haben, ja, und da haben die die Highlights gezeigt und natürlich das 1-0, das schnelle 1-0, das auch so thematisiert und dann halt kam, direkt danach kam das 1-1. Und dann hieß es wieder, ja, die Eisbären wieder unvorsichtig auswärts und bla bla bla. Und dann ist mir aber so durch den Kopf gegangen, nee, Moment mal, in dem Spiel hat, also wir sind jetzt schon beim Krefeld-Spiel, aber ich will das nur, weil es jetzt hier gerade passt. Mhm. In dem Spiel war von Krefeld bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das Tor geschossen haben, das 1-1, eigentlich gar nichts zu sehen. Die Eisbären waren klar, die bessere Mannschaft gerade zu Beginn und Krefeld hatte nur in diesen beiden Überzahl-Situationen mehr oder weniger was zum Spiel beizutragen und haben ja dann auch in der zweiten Überzahl das Tor geschossen. Aber vorher waren die Eisbären die klar bessere Mannschaft, also dieser, da meine ich halt, der Kontext spielt halt dann schon eine Rolle, dass die Eisbären vorher, vor dem 1-1 auch noch Chancen hatten, schon das Spiel auf 2 oder 3-0 sogar zu bringen. Ja, klar, aber wie gesagt, da mache ich schon wieder einen ganz anderen Abstrich. So, das sind dann, also lasst es irgendwelche Leute sein, die halt Sport machen, die sich jetzt die letzten Tage halt, keine Ahnung, Biathlon. Ja, klar, auf den Ticker geguckt und die Highlights angesehen. So, genau, und jetzt brauchen wir hier noch was, ach, guck mal, das Spiel ist gerade vorbei, das passt. So, und dann bin ich halt echt einfach nur froh, und das ist halt wiederum das andere, da musst du dir mal, kannst du dir unter den Schädel fassen. So, da bin ich halt froh, dass wenigstens Eishockey irgendwo in den Öffentlichen läuft. Ja, nein, das ist so. Irgendwo gezeigt wird, so, und ja, das ging mir heute auch durch den Kopf, wo ich dann auch überlegt hatte, und das halt jetzt auch mit der NHL verglichen habe, die ja nun seit dem 13. läuft, wo ich denke, okay, ey, es läuft gerade wieder jeden Tag NHL. So, ecke, guck immer mal wieder, mal spiel mal. Das sind 117 Tage in Folge NHL Eishockey. Was? 117 Tage ohne Pause NHL Eishockey. Ja, ja, überleg mal, und mehr oder weniger, also jetzt keine hundertzig Tage, aber wir haben ja auch einfach DEL jeden verdammten Tag gerade, so, an jedem Tag laufen zwei bis drei Spiele, so, durchgehend. Und wie viele Spiele davon sehen wir bei Sport 1? Ja, jetzt, das heute war das erste, aber das lag, glaube ich, auch an Vertragsgründen. Aber ich wollte auch gar nicht zu dieser Medien, also ich wollte gar nicht, also mach deinen Punkt fertig, aber. Ja, ja, um halt kurz den Gedanken fertig zu kriegen, aber genau das sind die Momente, wo ich mir, ja, klar hast du die Verträge, klar hast du einen Start, whatever, so, aber was ich halt nicht verstehe ist, und da sehe ich halt ehrlich gesagt dann auch die Liga, warum da nicht nachgesteuert wird, so, du kannst gerade so viel geilen Live-Sport bieten auf einer Bühne, wo es nicht so viel Live-Sport gibt, so, was hast du denn, verdammten Fußball, so, um. Und die Dart-WM. Ja, ein Dart-WM, gucke ich mir beides nicht an, so, aber, aber ich meine mal, so, das sind, du haust gerade, tierisch Sport-Content raus, Live-Eishockey und ohne Ende, und du zeigst ein Spiel im Free-TV, so, und das raffe ich nicht, und da wundere ich mich dann auch nicht, warum der Sport dann immer noch die Ebene und die Aufmerksamkeit bekommt, die er bekommt, so, also, da läuft jeden zweiten Tag läuft dritte Liga, so, ich habe es vorhin getwittert, um Zeit zu überbrücken, zwischen zwei Spielen habe ich mir Oerdingen gegen Waldhof Mannheim angeguckt, okay, da rennen Leute rum, da sehe ich noch sportlich aus, so, und die werden halt gezeigt von vorne bis hinten, und da hast du zwölf Minuten Highlights, so, und halt, wie gesagt, das finde ich halt nur mega schade, und das finde ich doof, dass das gerade halt einfach nicht genutzt wird, dass du gerade permanent spielst, permanent was bringen kannst, und das halt leider nur bei Magenta-Sport läuft. Ich habe fertig. Ja, also, ich wollte da gar nicht so krass in das Thema rein, man muss dem RBB jetzt in dem Fall aber zugutehalten, dass die Hertha ja heute auch gespielt hatte, allerdings 0-0, glaube ich, wenn ich den Beitrag richtig kapiert habe, weil der war irgendwie komisch. Ist ja auch härter. Ja, und dass sie trotz des großen Themas Fußball, was ja nun halt auch aus meiner Perspektive und aus deiner wahrscheinlich auch, leider so sehr über allem steht, was Sport angeht in Deutschland, haben sie trotzdem sich für die Eisbären entschieden, und ich wollte jetzt gar nicht groß die Kritik aufmachen, dass derjenige, der das für den RBB dann drüber gesprochen hat über die Highlights, dass der das Spiel vielleicht gar nicht gesehen hat, oder dass der sich nicht richtig drauf vorbereitet hat. Ich meinte nur, es war halt darauf bezogen, was wir davor gesagt haben, dass der Kontext dann bei diesen Highlights manchmal irgendwie flöten geht. Wenn du natürlich das 1-0 siehst, und dann elf Minuten später das 1-1, Überzahl der Krefeld-Pinguine, dann bist du natürlich schnell dabei zu sagen, dazwischen scheint ja nichts passiert zu sein. Dann haben die Eisbären halt ein frühes 1-0 geschossen und haben sich dann irgendwie drauf ausgeruht oder so, und so war es ja halt nicht. Das wollte ich damit. Das hatte da ganz gut in diesen Punkt halt reingepasst, ne. Dass der Kontext dann schon eine Rolle spielt, und deswegen, also mir ist auch vollkommen bewusst, dass keiner oder wenige Leute sind halt so bekloppt, sag ich mal, positiv bekloppt, dass sie, zum Beispiel letztes Jahr, habe ich mir jedes Spiel, der lief es ja in kompletter Länge angeschaut, und wenn ich, war auch teilweise sehr schmerzhaft, aber da habe ich es halt auch, wenn ich die Spiele, also manche Spiele konnte ich einfach zeitlich nicht sehen, wegen Arbeit und so. Die spielen ja auch mitten in der Nacht. So, und dann habe ich mir die halt dann irgendwie, wenn es ging, dann halt so dann im Nachhinein angeguckt. Auch wenn ich das Ergebnis schon kannte, ich habe, und wenn ich schon gesehen habe, das wird jetzt auch wieder grauenhaft, ich habe es mir angetan, so, ne. Oder wenn mir ein Drittel gefehlt hat, habe ich mir das Drittel halt noch angeguckt. Einfach, weil ich, ja, weil man dann da halt so positiv bekloppt ist, ne. Und mir ist schon bewusst, dass das nicht jeder Eishockey-Fan ist, dass auch nicht jeder, sage ich mal, von denjenigen, die sich jedes Jahr ein neues Trikot holt, dass die alle so bekloppt sind und da hingehen. Für manchen reicht das auch, diese einfache Berichterstattung. Aber ich, ja, ich hatte letztes Jahr auch bei den Hockeyballies mit Fetzi drüber gesprochen, ich würde mir wünschen, dass man es einfach mit anbietet. Also jetzt, wenn man so nochmal tiefer in die Berichterstattung geht, weil man dann, glaube ich, einfach nach und nach die Fans ein bisschen besser schult. Und da auch nochmal aus dem Krefeld-Spiel heute aus der Übertragung, der Kommentator hat es tatsächlich hier und da mal versucht. Hat so von Slot-Schüssen gesprochen und hat gesprochen, dass die Eisbären, wenn sie aus dem Slot schießen, sogar nochmal verhältnismäßig deutlich gefährlicher sind. Das ist logisch, weil der Slot ist die geschwerlichste, aber fand ich dann schon mal interessant, wenn es dann hier und da so eingestreut wird. Und es gibt ein paar Kommentatoren, die machen das sehr gut. Fetzi gehört zum Beispiel dazu, Franz Büchner. Ich weiß leider gerade nicht, wer das, wie der Kollege heute hieß, aber hat das, fand ich gut, dass er das mal so eingebracht hat. Hat halt leider das 2.5 verpasst, weil er halt dann seinen Unterlagen nach irgendeiner Statistik gesucht hat. Ja, das war echt der Hammer. Ich meine, das war ja tatsächlich keine Phase oder war ja gerade eine Phase, wo tatsächlich nicht viel los war, aber der muss ja drei Minuten lang nicht aufs Eis geguckt haben. Also das habe ich, ja, das war auch kurz, ey, Keule, Konzentration bitte, ja. Das ist auch für mich die sechste Stunde, aber pass hier bitte auf jetzt. Okay. Lass uns zum Düsseldorf-Spiel kommen. Ich habe es schon zwischendurch überlegt. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist der vierte Ansatz, oder? Es ist kurzer Wechsel. Es ist halt ein wilder kurzer Wechsel. Wir verbringen nicht die ganze Zeit in der offensiven Zone. Es geht hin und her, rauf und runter. Und wiederum haben wir ja auch gesagt, dass Sätze, die kurzen Wechsel, auch mal länger ausfallen können und mal Themen betreffen vielleicht, die nicht in der Woche aktuell waren. Genau. Und wir das hier alles so rinstoppen und das Ding dann halt so läuft, wie es läuft. So, wir haben eh gerade einen verschobenen Tag und Nacht. Ich weiß, ich muss überlegen, welcher Wochentag ist, also sorry. Ja, das geht jetzt, ey. Keine Ahnung. Welchen Monat haben wir? Ey, und die NHL-Saison, das zerstört ja noch mehr. Ich muss mich richtig zwingen, ins Bett zu gehen. Die Lies hatten ja direkt mal drei Spiele. Also, ich muss ja, um halt wieder vom Düsseldorf-Spiel wegzukommen. Wir kommen nie hin. Ich bin ja so ein bisschen auf die Stütze Mania, bin ich ja ein bisschen drauf eingegangen, weil es halt doch was Besonderes ist. Ja, klar. Einen deutschen Spieler, der letzte Saison noch in der DEL gespielt hat, an dritter Position gedraftet und halt sein NHL-Debüt gibt und das Spiel war ja um eins. Ich musste zwar am nächsten Tag früh raus. Ich so, ja, okay, komm, scheiß drauf. Du guckst dir wenigstens den Anfang an, so bis zum ersten, zweiten Wechsel. Dann kannst du halt wenigstens irgendwann sagen, du hast es dir gesehen. Und das war echt, boah, ey, ich war hellwach und irgendwann Mitte, zweite, Drittel habe ich mich, obwohl der Plan war, okay, du guckst es dir am nächsten Tag an, aber das hat sich dann auf den Abend irgendwie so erheben. Und dann musste ich mich wirklich mehr oder weniger prügeln, ins Bett zu gehen und nicht auch noch das Tablet mitzunehmen und dann da im Bett weiterzugucken. Also, das ist ja so das nächste Ding. Das verschiebt ja alles jetzt. Also, heute schon alleine, keine Ahnung. Ich habe, wo du hier noch Tagesschau geguckt hast, habe ich gerade hier noch Washington gegen Pittsburgh gesehen. Ich spiele ja gerade, ne? Ja, genau. Das war das letzte Drittel jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn wir aufnehmen. Und da habe ich immer kurz durchgedreht und ich habe mir einfach mal heute fünf Hockeyspiele gegeben. So, hier Köln gegen Bremerhaven hatte ich jetzt auch noch angefangen. Und das meinte ich ja, weißt du, kommen wir wieder zum Ursprung. So, es läuft Hockey ohne Ende und das, was du siehst, ist Fußball-Regionalliga. Aber egal. Hauptsache, also, apropos Regional, Düsseldorf. Aber, ne, ganz kurz, die Stütz-Nummer kann ich ja nicht stehen lassen, weil du das meintest mit dem Schlafen gehen, ne? Ich meine, ich hatte jetzt, ich hatte Tagschichten, das heißt, früh aufstehen, also früher aufstehen als, ne? Bei Nachtschichten ist es ja kein Problem. Ist ja meistens Betriebspause und dann stehe ich da in irgendeinem Werk oder in irgendeiner Kernlage und, weißt du, muss nichts machen und mache mir das Spiel aufs Tablet an und dann gucke ich das da halt weg, so, ne? Äh, muss dann halt manchmal aufpassen bei, bei, bei Toren oder so, dass ich nicht zu laut jubel. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass, äh, das Freitagsspiel, also, ja doch, Freitag, das erste Spiel gegen Ottawa, was ja das Spiel, das erste Spiel von Schlütze war, ähm, dass ich gesagt habe, und gestern jetzt, also am Samstag bei dem Spiel, dann auch, die haben ja Back-to-Back gespielt, äh, habe ich mir halt immer gesagt, ich gehe mit den Leafs ins Bett, so, das heißt, ich gucke mir das erste Drittel dann quasi auf dem Tablet im Bett an und dann mal gucken, vielleicht schlafe ich ein, vielleicht nicht. Ja, Ende vom Lied war, dass ich nach dem zweiten Drittel jedes Mal ins Bett gegangen bin und dementsprechend auch müde morgens war, ähm, was bei Tagesdiensten, äh, jetzt nicht das Schlimmste ist, aber darüber möchten wir jetzt nicht reden, vielleicht hört ja doch jemand vom Arbeitgeber zu, das möchte man ja nicht. Äh, wirklich, manchmal fühle ich mich wie zu Hardcore-Zeiten, auswärts fahren, Montagmorgen in der Berufsschule, weißt du? Ja. So, erste Stunde und die Lehrerin wusste eigentlich schon Bescheid, warum mein Kopf auf dem Tisch ist. Ja. Okay, jetzt lass zum Düsseldorf-Spiel kommen. Ich war gerade im Überlegen, ob wir einfach nochmal eine Überleitung probieren, aber, ach komm, lass sein. Was ich auf jeden Fall wie, ähm, man hat den Abend zuvor zu lang gemacht und, äh, hat dann irgendwie vergessen, in der ersten Stunde wach zu bleiben, äh, war das Spiel, der Eiswärm Berlin gegen die Düsseldorfer AG und das am Abend zuvor zu lang gemacht, war das erste Drittel und die erste Stunde war dann das letzte Drittel beziehungsweise das, das Ende, das, die Schlussphase des zweiten Drittels und dann, äh, die Overtime. Naja. Ich hab's versucht. Stets bemüht. Ja. Ja, nee, aber auf, auf jeden Fall, äh, 5 zu 4 verloren, in der Overtime nach einer 3-0-Führung, 3-1, 3-1-Führung. 3-1-Führung. Was vorher eine 3-0-Führung war, also. Ja, äh, ja, ey, also, doof, was anderes fällt mir nicht ein. Also, ähm, ich hab's, wie gesagt, ich hab's ja jetzt nur zweimal gesehen und bin zweimal zu der Feststellung gekommen, äh, du hast, du hast Düsseldorf halt auch einfach reinkommen lassen. Also, die haben dann zum Ende hin jetzt auch nicht das grandioseste Hockey gespielt, so, aber haben sich gesteigert, von Drittel zu Drittel. Ja. und, und unsere, also, Eisbären, ähm, ach, weißt du, ich arbeite für die, ist mir doch scheiße egal. Ich sag unsere, wir, weißt du, was du nicht magst, mach ich einfach. Und, ähm, und, äh, und dadurch sind die halt rangekommen und dann halt auch einfach die Chancen, die, die einfach nicht genutzt worden sind, so, und dann teilweise auch einfach zu verkopft gespielt worden sind. Also, ich fand vor allem so Mitte, Mitte oder Anfang zweites Drittel war ja noch okay, so ab Mitte zweites Drittel ist Düsseldorf dann gekommen. Und ich hatte es mir dann hier auch aufgeschrieben und dick unterstrichen, es war einfach tierisch verkopft zwischendurch. so, es wurden versucht Pässe zu spielen, die in der Situation einfach keinen Sinn machen und man selber gedacht hat, okay, das ist es jetzt und Puckverlust und das war es. Und die Tore von Düsseldorf waren ja halt auch keine grandiosen, schönen Dinger. So, die waren halt auch einfach gespielt, ähm, von einer blauen Linie abgezogen und geguckt vorne im, im Getümmel rein und dann was passiert, passiert. So, es war super unglücklich. Du hast zwei kostbare Punkte verloren, die du nicht hättest verlieren müssen, wenn du auch noch das zweite Drittel durchgespielt hättest, vielleicht das 4 zu 1 noch gemacht hättest, dann wäre das Ding durch gewesen und alles wäre schön und wir wären heute vielleicht an Iserlund vorbeigezogen. Das war ja zwischenzeitlich sogar, ne? Düsseldorf macht das 2-3 wieder im Powerplay, also die ersten Main-Tore der, ah ne, das genau Powerplay-Tor von der DEG zum 2-3 und dann kurz danach ist ja dann, fällt das 2-4 durch Sängerli, sein erstes Tor, glaube ich, für die Eisbären und dann denkst du, okay, ne, du hast das 1-3 kassiert, das kann, kann durchaus passieren, dann kommt Düsseldorf nochmal ran, so und du, die Eisbären kommen direkt zurück und machen halt die alte Führung wieder da, stellen die alte Führung wieder her und dann ist das eigentlich so, gerade 47. Minute kannst du halt sagen, okay, ne, das Ganze ist halt mehr oder weniger versuchen, locker runterzuspielen und dann machen die Düsseldorf halt die zwei schnellen Tore. Ich fand auch, wie du gesagt hast, es war auch so ein bisschen, ja, auch, ja, von den Eisbären so ein bisschen Haus gemacht, weil sie, wie du gesagt hast, so ein bisschen vielleicht den Fuß vom Gas genommen haben, vielleicht auch nicht so ganz konzentriert zu Ende gespielt haben. es ist halt, ich habe so ein bisschen den Eindruck manchmal, dass sie, das ist wirklich ja eine starke Mannschaft, also haben sie ja jetzt schon ein paar Mal auch in den paar Spielen jetzt gezeigt in der Saison, dass es wirklich eine sehr gute Mannschaft ist, die auch in der Breite sehr gut sein kann, die aber, wenn sie nicht ganz, sagen wir mal, bei 95 Prozent arbeitet, also 100 Prozent wäre, wäre das, wäre absolutes Top-Level, sage ich mal, was vielleicht so, was, was, was sie vielleicht nur so in einigen Phasen in einem Spiel abrufen können. Ich sage mal, so 95 Prozent ist so, das ist dann wirklich ein richtig, von vorne bis hinten ein sehr gutes Spiel, was sie meiner Meinung nach, ja doch, vielleicht ist 5-0 gegen Grefeld, aber es ist halt Grefeld, naja. Aber ich habe halt manchmal so den Eindruck, wenn sie, wenn sie nicht so ganz an, sage ich mal, an die 90 Prozent rankommen, dass es dann auch schwer wird für die Eisbären, selbst so gegen Mannschaften, wo man sagt, die müssen sie eigentlich schlagen an einem normalen Tag. Also, dass sie für ihren Erfolg auch viel arbeiten müssen und dann halt auch viel machen müssen, weil dann, dann haben sie vielleicht dann doch nicht die individuelle Klasse, die dann Mannheim oder München hätten. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen hier in dem Spiel auch zu tragen gekommen. Sie haben ein bisschen den Fuß vom Gas genommen, Düsseldorf hat seine, hat die Chance gesehen und hat sie halt dann halt einfach genutzt. Und in einer Overtime, ich meine, das Tor war eigentlich bezeichnend für das Spiel. Also, hinten der Düsseldorfer, der fast noch sich das Tor selber rein, den Puck selber reinlegt, weil er da kurz ins Straucheln kommt und die laufen halt straight durch, spielen einfach einen Querpass, einen Schuss, danke, servus, schönen Abend noch. Ja, das Verhalten bezeichnet. Mein Gedanke, der dann so im Nachhinein war, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber ich glaube, hättest du Niederberger heute, oder nicht heute, aber an dem Tag halt nicht drin gehabt, so hättest du, glaube ich, sogar nach der regulären Zeit verlieren können. Der hat dann vor allem im zweiten Drittel, wo sie angefangen haben, vorne schwächer zu werden, wirklich drei, vier wieder sehr gute Paraden, sehr wichtige Paraden gehabt, wo, glaube ich, es dann schon die Tore gefallen wären und du wärst nicht mehr mit einem Punkt nach Hause gefahren. Ich denke mal, das kommt halt auch noch dazu, deswegen kann man den einen Punkt zu Sternchen und Niederberger dahinter schreiben. Ja, aber ich glaube auch, das war so, das ging mir dann auch so im Kopf durch. Vielleicht war es ein Spiel, was mal gebraucht worden ist, also auch das, was du gemeint hast und wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Du hast jetzt viele, viele neue Spieler gehabt, du hast jetzt eine erste Reihe und ein super Powerplay-Team erschaffen, die sich gefunden haben mit Fuku, White, Zengerle und sonst was. Aber vielleicht war das auch einfach nochmal so eine Erfahrung, die das Team halt an sich gebraucht hat. So Nöbelz hat es ja mehr oder weniger nach dem Spiel hoch gesagt, dass halt die Konzentration gefehlt hat und dass man sich vielleicht, also übersetzt, vielleicht auch einfach schon zu sicher war. Und dann war es die Erfahrung, die man als Team eventuell gebraucht hat, um dann halt genau den Schritt näher an München und an Mannheim zu kommen. Die es halt einfach schon kennen, weil sie halt so gesetzt sind als Team und schon jahrelang zusammenspielen teilweise. Ja, wie gesagt, doof. Hätte so nicht passieren müssen, aber dann war es dann halt so. Ist ja auch so eine Phrase, wo man gerne dann mal die Augen verdreht, weil man sie hört, aber ich glaube schon, dass da irgendwie was drin steckt, was Mannschaften halt schon auch mal hier und da quasi so einen Rückschritt brauchen oder ja doch so einen Rückschritt brauchen, einfach um dann, wenn die Situationen in den Playoffs kommen oder dann, wenn es wirklich ernst wird, um dann quasi wirklich, ja, auf die Situation vorbereitet zu sein. So ein schönes Beispiel ist Tampa vor zwei Jahren, die quasi durch die, so eine NHL, die durch die Hauptrunde durchspazieren und irgendwie schon gefühlt im Januar für die Playoffs qualifiziert waren, kommen die Playoffs und dann verlieren sie gegen Columbus, die bis zum letzten Tag der Regular Season quasi um ihren Playoffplatz kämpfen mussten, die eigentlich nur so ein Auf und Ab hatten und immer wussten, was es heißt zu arbeiten. Tampa kannte das gar nicht. Jetzt nicht die Eiser mit Tampa damals gleichsetzen, aber es ist schon wichtig, glaube ich, dass Mannschaften hier und da mal so eine Reibung brauchen. Na jetzt eher nicht, aber du musst ja nicht mal nach drüben gucken. Schau dir die eine DEL-Saison an, ich weiß nicht mehr was, das war 2012. Wo die Eisbären geändert wurden? Ja, wo Jeff Riesen bei uns dann gespielt hat, wo du auch eine Rekordsaison hinlegst, so mit Punkten. Also das war ja langweiliger an der Konsole, du wusstest ja am Ende gewinnen die Eisbären, egal wie es läuft. Und dann spielst du Viertelfinale gegen Augsburg und fliegst raus. Okay, das Schöne war halt noch, Augsburg ist ja in dem Jahr bis ins Finale gekommen, von daher haben sie uns da so ein bisschen die Statistik gerettet, also Mannschaften, die die Eisbären in den Playoffs besiegen, werden Meister oder kommen zumindest ins Finale. Das war die Ingolstadtmeisterschaft, ne? Ja, genau. Also das war noch so das Nette daran, aber da hast du es ja auch gehabt. Also ja, wie gesagt, das kann halt sein und ich glaube halt immer noch, dass halt auch dieser Faktor, sind wir bei der nächsten Phrase, diese Führungspersonen, die Leader, dass sich halt alles neu finden muss. Die fehlen dann halt genauso und Leute, die das halt lesen können, die jetzt wissen, okay, was kann passieren und dann vielleicht mal den einen oder anderen Spruch machen oder kurz sagen, Obacht, Leute, kurz Konzentrationen. So, wir beißen uns jetzt mal auf die Zunge und spielen noch fünf Minuten, machen ein Tor und dann passt es hier und dann können wir abschalten. Das meinte ich ja halt so, dass das dafür oder dass das Spiel dafür vielleicht auch gut getan hat, dass sich da der eine oder andere findet, der eine oder andere halt in diese Führungsrollen kommt, nicht nur auf dem Eis, sondern halt auch in der Kabine, dass sich auch die zwei Namen, die du zum Anfang gesagt hast, vor ungefähr eine Dreiviertelstunde mit Müller und mit Wissmann, also Wissmann eigentlich mehr als mit Müller, weil er halt dann doch einen verdammten Buchstaben auf der Brust hat, genau diese Spiele wahrzunehmen, aus diesen Situationen zu lernen und dann halt noch mehr in diese Rolle zu kommen. Es ist halt kein Rankel da, es ist kein Busch mehr da, es ist kein Bugsmann mehr da und Führungspersönlichkeiten vielleicht, die du so benennen kannst wie ein PC und Hördler, es kann nicht nur an zwei dann sein und Hördler ist ja jetzt ordentlich der Lauteste und da muss halt ein bisschen mehr kommen. Das ist auch, sag ich mal, eine gute Argumentationsgrundlage fürs Trainerteam. Ich kann dann halt sagen, so seht ihr Jungs, das ist genau der Grund, warum wir immer 110 Prozent wollen euch verlangen, weil wenn ihr nur 60 Prozent spielt, dann passiert sowas und wie du gesagt hast, auch für die jungen Spieler ist es natürlich auch so ein so ein Lernprozess, die dann auch sehen, okay, es ist einfach, es wird halt sofort bestraft, wenn wir hier mal ein, zwei Wechselpause machen oder halt nicht das machen, was wir eigentlich als Aufgabe haben. Ja, das gilt, glaube ich, nicht nur in der DEL so, das geht runter bis in, also sobald irgendwo mit Punkten gespielt wird oder irgendwo mit Systemen, dann ist das halt natürlich so, aber natürlich ist das halt das höchste Niveau in Deutschland und dadurch fällt das dann noch mehr auf. Haben wir sonst noch was zu dem Spiel zu sagen? Jörn-Gabank hat sogar noch einen Punkt gemacht, sehe ich gerade. Auch noch zum Abschluss, hat noch was dagelassen, ist das sehr schön. Habe ich sogar noch vergessen. Gut, das war's. Nee, ansonsten fällt mir nicht ein zu Düsseldorf, zu dem Spiel, also passt. Ja. Dann kommen wir zum Krefeld-Spiel. Wie am Anfang schon besprochen und hier und da auch schon mal eingeworfen, eine sehr frühe Führung der Eisbären durch Chris Foucault, der hatte auch richtig Bock, hatte ich das Gefühl, so gerade im ersten Drittel und zu Beginn des zweiten Drittels. was, also, er hätte mich nicht gewundert, wenn der vier Tore in dem Spiel gemacht hätte und das jetzt die große Story des Spiels gewesen wäre. Also, der hatte richtig Bock und viele, viele Chancen. Ja, also, zwischendurch hat es mich erinnert, keine Ahnung, als wenn einer seine Ex in den Klub sieht und mit der neuen nochmal extra doll rummacht. der war ja überall und nirgends, das war ja Wahnsinn, was der da heute abgeliefert hat. Hat er ja im ersten Spiel beim 5-0 auch getroffen gegen Krefeld, ähm, aber, ja, das war, das war schon schön zu sehen. Äh, ich finde auch diese, diese Reihe, das ist mir in dem Düsseldorf-Spiel gar nicht so, also da auch schon ein bisschen aufgefallen, ich finde diese erste Reihe, die die Eisbären gerade haben, äh, Foucault, White und, äh, Sängerli, ey, das ist schon, das ist schon, dem kann man gut, dem kann man schon gut zugucken beim Eishockey-Spielen, die machen da schon schöne Sachen und, man merkt auch, dass das Verständnis immer mehr kommt, dass, äh, sie sich auch mehr zumuten, also auch Matt White hatte ja richtig Bock heute noch ein Tor zu schießen, also der war ja dann so der, wenn er nicht ein Tor geschossen hätte, dann hätte Tuomi heute noch ein Tor geschossen, also das war ja irgendwie so, wie so ein Wettkampf irgendwie, hatte ich das Gefühl zwischenzeitlich, ähm, also die, die Reihe macht schon richtig Spaß und auch die dritte Reihe war in dem Spiel, also die, das ist die Oliver Tuomi und Fiori-Reihe, die war, fand ich auch richtig stark heute gegen Krefeld, äh, und die zweite Reihe hatte, glaube ich, so ein Matchup, eine Matchup-Rolle irgendwie, also die waren offensiv jetzt vielleicht nicht ganz so viel zu sehen, haben zwar, haben auch ein Tor geschossen, aber, oder zwei Tore, glaube ich sogar, ja stimmt, äh, Reichel und, und, haben ja ein Tor geschossen, aber ich habe bei denen eher sogar noch den Eindruck, dass sie noch mehr defensiv gefordert werden, als jetzt beispielsweise die Sängerli-Reihe, kann auch, ja, also habe ich schon den Eindruck, dass sie defensiv mehr zu tun haben, die könnte auch daran liegen, dass, dass, dass mein Eindruck da so ein bisschen verschwimmt, weil Nöbels und Föder ja auch in Unterzahl zum Einsatz kommen, ich glaube, das wird sein, weil mir ist es auch aufgefallen, bei fünf gegen fünf, wenn dann halt die Reihe auf dem Eis stand, dass das schon die Reihe war, die am meisten versucht hat, ähm, die, die schon versucht hat, den einen oder anderen Zuckerpass zu spielen, ähm, das ist so, wir sind nicht, keine Ahnung, die, die Zuckerreihe ist oder so, ist ja völlig Banane, ähm, aber eben, deswegen hatte ich nicht so das Gefühl, dass das so, dass die so defensiv angelegt waren, also die waren ja auch schnell am Tor, im Tor, ringsherum, ähm, also ich glaube, die haben mehr so den offensiven Part in der Geschichte gehabt, also da fand ich halt die Zängerreihe und, äh, Foucault und White halt doch schon ein bisschen defensiver beim 5-5 oder zumindest schneller und mal länger hinten und dann auch wieder den, den Weg nach vorne gefunden, aber wie gesagt, kann ja Auffassung sein. Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch der Eindruck, weil, wie gesagt, Nöbels und Föder spielen in Unterzahl, dadurch, die Eisbären hatten ja nun heute auch einige Unterzahlsituationen zu überstehen, ähm, wenn die da zum Einsatz kommen, dann geht natürlich danach eher die Olver-Reihe oder die Sängerli-Reihe aufs Eis und haben die vielleicht sogar wieder einen offensiven Wechsel und das, den Eindruck habe ich allerdings auch, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast oder sagen, so in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast, dass, wenn die Sängerli-Reihe im eigenen Drittel ist, und das sieht schon manchmal so aus, als wenn sie Probleme haben, die Scheibe hinten rauszubekommen, beziehungsweise, also, dass die Defensive vielleicht nicht so wirklich ihre Stärken haben, aber nach vorne hin, finde ich die schon noch kreativer und wenn die in der offensiven Zone sind, dann passiert eigentlich immer was. Irgendeine Chance erspielen die sich immer, ob es jetzt vielleicht mal daran scheitert, dass derjenige auf den Sängerli, also es ist ja meistens Sängerli, der den Pass spielt, aber ob es dann daran scheitert, dass der Pass vielleicht nicht so ruhig kommt oder dass derjenige dann gar nicht damit rechnet, sei es jetzt Foucault oder White, dass der gar nicht damit rechnet, dass da jetzt dieser Pass kommt, aber irgendwas erspielen die sich offensiv immer und die erspielen sich, aber das, also ich meine gut, wie gesagt, es soll jetzt nicht desbekehlig sein, aber es war jetzt auch Krefeld. Ich sage, ich glaube, das passt es halt so, was wir beide meinen, das Vermischteste, sie sind einfach kompakter als Reihe, so das ist hinten gut und vorne gut und das passt. Was mir da noch in den Kopf reingeht und was ich mir auch mit aufgeschrieben habe, was dann wieder so ein bisschen zu dem geht vom Düsseldorf-Spiel, dass ich da, also heute gegen Krefeld umso mehr gesehen habe, dass die einfachen Spielzüge, die einfachen Pässe mehr zum Erfolg geführt haben, nicht nur immer zum Tor, sondern einfach auch, um Chancen zu kreieren, dass das simple Spiel heute mehr gelegen hat, als dann halt mal die Zuckerpäschen, vor allem im zweiten Triller, also Chancen über Chancen, wären die noch reingegangen, wärst du heute wieder fast zweistellig vom Eis gegangen wahrscheinlich und auch richtig gute und richtig große Chancen, wo sich Krefeld dann bei ihrem Torhüter teilweise bedanken kann mit. Also wie gesagt, das war heute so ein Mix, du hast halt gesehen, was vielleicht auch wieder der Punkt war, dass Anschützka heute hinten gestanden hat, das hat mich halt viel an das Spiel gegen Wolfsburg erinnert, wo er den Start schon bekommen hat, was wir auch hier gesagt haben, dass man schon das Gefühl hatte, dass das Team ein bisschen weiter nach hinten geguckt hat und mal einen Schritt mehr nach hinten gemacht hat und heute fand ich auch unabhängig, dass er die zwei Tore gekriegt hat, völlig Banane, fand ich aber auch, dass Anschützka heute auch sehr von seinen Vorderleuten profitiert hat, dass die schon sehr viel abgefangen haben und auch viel vom Tor weggeräumt haben, da haben wir einen Tacken mehr als gegen Wolfsburg, also da war die Defensive oder generell die Arbeit nach hinten wieder ein bisschen mehr zu sehen als gegen Düsseldorf. Es war ja auch, also in Wolfsburg hatten wir ja noch darüber geredet, dass da wieder dieses typische, der Backup steht im Tor und die Eiswern vergessen, irgendwie für ihren Backup zu spielen, der ja weniger Spiele macht und dadurch man als Mannschaft davor ja vielleicht auch hier und da mal ein bisschen mehr nach hinten machen muss, um dem Torwart einfach ein bisschen zu helfen. Gerade wenn der Torwart erst 19 ist, dann sogar vielleicht sogar nochmal ein bisschen mehr. Und ich fand das heute, finde ich schon, dass ich es heute in dem Krefeld-Spiel, wie du gesagt hast, haben wir es gut gemacht. Also ich meine, Krefeld hatte 44 Schussversuche oder Schüsse, davon 22 aufs Tor. Das heißt, die anderen 22 sind entweder daneben gegangen, wurden geblockt oder sind drüber gegangen. Und das ist ja schon, also die Schüsse, die Ansicca wirklich auch gesehen hat, die hat er halt weggeholt. Und ich finde, bei den beiden Gegentoren kannst du ihm keinen Vorwurf machen. Den einen sieht er überhaupt nicht, der ist abgefälscht und rutscht ihm halt durch und der zweite ist halt dann so eine blöde Situation und da kann er halt auch nicht viel machen. Nee, also da hat er ja schon das Beste rausgeholt. Hat er ja sogar fast noch. Ja, also wird von einem Pfosten zum anderen geschossen. Die zwei Krefelder hatten halt relativ viel Platz vom Tor und dann fängst du das Ding halt, nee, sei ja, die zwei Tore, sowas von drauf geschissen. Also alles gut. Die fängt auch für sich ein 40-Jähriger, der seit zehn Jahren in der Liga spielt. Verhältnis dagegen, die Eisbären mit 91 Schüssen, davon 63 aufs Tor. Also der gute Sergej Belov von den Krefeld-Pinguinen, der ja auch zwischenzeitlich dann auch mal, ich glaube, ein bisschen Schmerzen hatte. Nicht zuletzt dann im letzten Drittel, als Foucault auch noch auf ihn draufgeschubst wurde. Vielen Dank dafür, würde ich als Goalie dann mal an meinen Mitspieler sagen. Ja. Nennen wir das Schmerz? Also es hat bestimmt wehgetan. Der hatte ja vorher schon im zweiten Drittel Schmerzen. Ja, ja, da war irgendwas. Ich glaube, nach dem Tor von Reichel oder das Tor von, doch das Tor von Reichel. Weil so hin und her rutschen musste, da blieb er ein bisschen länger auf dem Eis liegen. Das Tor von Reichel war ja im dritten Drittel. Ja, genau. Dann war es das Tor von dem Turm. Von Fiora hat es 4-1 gemacht. Und das dritte... Das 4-1 war von Tor um im zweiten Drittel. Ja, genau. Im zweiten Drittel war noch ein Tor. Also sie haben es jetzt Tor umgegeben. Vorhin ist es noch Rolfa. Ja, ja, im zweiten Drittel auf jeden Fall. Nee, richtig. Aber für mich hat er eher den Eindruck gemacht, dass der ganz schön fertig war, der Kleine. Ja, ja, der hat auch zu tun gehabt. Also ich meine... Das war so ein Mix aus Leck mich alle am Arsch. Was mache ich hier überhaupt? Ich habe sich so nochmal die Sinnesfrage gestellt, die ja in Krefeld auch gar nicht so unberechtigt ist. Und er war fertig auf dem Docht. Ich glaube, der hat nur mal gelegen, um mal 5 Minuten mehr Pause zu haben. Also der hat mir ja zwischendurch hat er mir ja wirklich leid getan. Also ja, der wird... Also vor allem... Der ist ja im Butterfly-Style. So spricht das Bein nach außen mit dem Knie dazu und dann fällt dir einer rauf und der Körper fällt nur nach hinten. Also das tut weh. Also ohne Frage. Aber ich glaube, das war halt so ein Mix aus allem. Also ich glaube, der ist... in der Kabine... Also es gibt so zwei Optionen. Entweder hat er jeden zusammengestaucht oder der ist halt ohne Duschen einfach nach Hause gefahren. Also... Ich hoffe, ich hoffe, die erste Option. Also... Ja, und war halt fertig mit seinen Teamjungs da. Ah ja. Das ist krass. Wie viele Torschüsse nochmal? Insgesamt... Warte, ich muss kurz zurückgehen. 91 Schüsse, davon 63 aufs Tor. Alter! So viele Schüsse mache ich nicht mehr auf der Konsole, wenn ich auf Anfänger spiele. Also gegen dich, aber trotzdem. Ja, krass. 91 Schüsse, hau ab, Alter. Wahnsinn. 63 aufs Tor, was halt dann, zwei Drittel davon sind aufs Tor. Da wäre tatsächlich mal interessant, gibt es bestimmt einen auch, der da eine Statistik hat, wie viele Torschüsse, also was der Rekord Torschüsse in der DEL ist in einem Spiel von einem Team. Das würde mich tatsächlich mal interessieren jetzt. Weil ich glaube, 91 ist ja schon viel. Ja gut, der Rekord müsste dann aber die Schüsse aufs Tor sein, weil dieses, dass sie unterscheiden zwischen Schüssen und Schüsse aufs Tor, ist ja schon, also wenn wir da wieder zu dem Beginn sind mit den Advanced Analytics, bei Schüssen, das ist ja das, was man so allgemein dann als Corsi bezeichnet, also Schussversuche mehr oder weniger, weil beim Eishockey ja aus, keine Ahnung warum, aber zum Beispiel ein Pfostenschuss, wenn du schießt und triffst den Pfosten, wird es dann nicht als Torschuss gewertet. Kann man natürlich argumentieren, dass der Pfosten ja irgendwie doch zum Tor gehört, aber zählt er halt nicht. Sprich, das würde dann nur in die Kategorie Schüsse fallen. Wenn du drüber schießt, wenn du am Tor vorbeischießt oder wenn dein Schuss unterwegs geblockt wird, das sind auch alles Schüsse. Aber die Schüsse aufs Tor sind alles nur die Schüsse, die entweder vom Goalie gehalten wurden oder die ins Tor gegangen sind. Das sind dann Schüsse. Dementsprechend... Gönn wir das bitte rausschneiden. Schüsse aufs Tor. Warum sollen wir das rausschneiden? Nein, nicht rausschneiden, einfach den kleinen Satz gerade. Das sind Schüsse. Was so? Fand ich gerade sehr süß. Das sind Schüsse. Und ich denke, der Rekord bei Schüssen, Schüssen, also Schüsse aufs Tor, der wird sicherlich noch bei viel mehr als 63 liegen. Und das wird dann wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, da sind wir dann vielleicht bei Dennis Enders in Augsburg oder jetzt, wenn du dann bei einer Mannschaft sein willst, die die meisten Schüsse aufs Tor im Spiel abgegeben hat, dann bist du wahrscheinlich bei Mannheim, München, vielleicht sogar die Eisbären während in dieser Dynastie-Phase, sage ich mal. Vielleicht hatten die da mal irgendwie so ein Spiel, wo so eine Mannschaft so über 60 Minuten komplett an die Wand gespielt haben und alles aufs Tor geschossen haben. Also 63 Torschüsse ist auf jeden Fall nicht das Höchste, was ich bisher gesehen habe. Da gab es schon mehr letztes Jahr, wo ich auch drüber geschrieben habe. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass er bei 63 Torschüssen fünf Gegentore ist dann auch in der Statistik gar nicht so schlecht. Nee, das sieht gut aus auf jeden Fall. Statistik gar nicht so schlecht übrigens, Tobi Ansicka, bester Goalie der DEL aktuell. Sagt nicht viel aus, weil er hat nur zwei Spiele gemacht und 96 Prozent Fangquote ist ein sehr guter Wert. Ja. Aber es sind zwei Spiele. Sollte man nicht überbewerten, sollte man keine Artikel zuschreiben. Und hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Also ich habe mich heute gefreut, wo ich dann wieder gesehen habe, dass Ansicka heute steht. Finde ich gut, wenn Auburn da weiter dran bleibt und ihn da regelmäßig dann halt so eine Spiele gibt. Wäre mega. Und ich sage mal, unter der Woche war er ja auch in Weißwasser. Also er hat ja tatsächlich viel gespielt. Von daher wäre schon cool. Ist halt, glaube ich, auch wirklich ein guter Weg, ihn da ranzuführen. Und wahrscheinlich ist die Saison, wie sie jetzt durchgeführt wird, auch geeigneter dafür, das so zu machen. Weil man halt nur innerhalb dieser Nordgruppe spielt und die Gegner nachher kennt. Der Hype-Omin ist vielleicht jetzt nicht ganz so groß, weil er 19 ist und nicht 16, aber ist okay. Ja, aber ich finde schon, dass man das, kann man schon... Ja, du, ich würde mich super, super drüber freuen, wenn das halt hängen bleibt. Und sei es einfach nur, dass sich das durchsetzt, dass hier in Berlin, wie sich pro Saison ein Gitterkind dabei ist. Das würde ich schon super finden, wenn man halt den Weg beibehält und auch den einen oder anderen jüngischen Spieler, der halt Potenzial hat, auch die Chancen gibt und fest im DEL-Team einplant und keinen Roadtrip jede Woche zumutet. Das würde ich richtig, richtig gut finden. Ja, finde ich auch gut. Ja, ich bin eh so mehr... Also, aber das war ja schon... Da hätte es keine Pandemie für gebraucht, um da zu argumentieren, dass man... Also, man muss sich halt nur bewusst sein, dass nicht jeder Spieler das Niveau eines Lukas Reichel hat oder das Niveau von Tim Schlütz, der jetzt beispielsweise, sondern dass da halt auch mal ein Harkon Hähnl dabei sein kann oder ein Erik Meck oder halt ein Tobi Antschitschka, die vielleicht eine Kategorie da drunter sind, aber trotzdem Kalente, die halt irgendwann ja die Chance kriegen müssen. Genau, aus Berlin, Einer-Sicht, Liga-Sicht oder Liga, kannst du ja auch sagen, wie Fischbuch, finde ich auch gerade ein schönes Beispiel. Der ja auch eine gute DNL-Saison oder gute DNL-Saisons hatte, aber halt Einer für die Liga ist. Irgendwie müssen die ja auch herkommen. Also, finde ich ja, wäre schade, schon wieder fast, wenn jeder rübergeht, der gerade auslaufen kann. Also, von daher, ja, wie gesagt, es muss nicht immer ein Top-5-Draft sein, der da rauskommt. Nee, es ist halt auch, um da mal Stefan Usthoff zu zitieren, ich weiß nicht, in welcher Rolle er da gerade bei den Icebären war, der war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch von den Icebären angestellt. Da hatte ich ihn zu seinen Erwartungen in Richtung Charlie Jahnke und er war dann das, wie es der Tesla gefragt gab. Das war bei irgendeinem Gespräch da, was die Icebären da mal arrangiert hatten. Das war nicht vor der Saison, es war irgendwo so zwischendrin und da hat er gesagt, dass sie in der DNL lernen die nichts mehr und die DL2 ist eigentlich auch nicht das Niveau, die müssen auf DL-Niveau spielen. Ich glaube, Uwe Krupp war sogar noch Trainer zu dem Zeitpunkt. Und die müssen auf DL-Niveau spielen, weil nur da lernen die noch was. Nur da entwickeln die sich weiter, weil sie da auch gefordert werden. So, das war, also, wie gesagt, das war die Zeit, wo Charlie Jahnke auch ab und zu nochmal in der DNL gespielt hat. Aber wenn die in der DNL spielen und da jedes Spiel fünf Punkte auflegen, was sollen die da noch lernen? Ja, eben. Dann doch lieber an der Leistungsgrenze gefordert werden, vierte Reihe spielen und dann ist halt nur zwei Minuten im Spiel aufs Eis, aber in den zwei Minuten musst du halt zeigen, warum du es wert bist, mehr Eiszeit zu bekommen. Das ist halt dann die Krux. Aber du brauchst halt auch Trainer, die das machen wollen. Nee, ich meine, und halt genau dieser Mix, so egal wo, was ich halt meine, mit den 16-Jährigen, wie halt in Nürnberg jetzt, das ist ja, finde ich ja, der Situation wahrscheinlich auch geschuldet, die Nürnberg halt gerade hat und dann nimmst du es halt, wie es kommt und dass das auch keine, dass das halt urewig nicht so laufen kann. Also irgendwann musst du halt mal eben mehr holen und dann sind sie dann doch 18, 19. Das ist ja auch klar, aber halt wie gesagt, dass sich die Liga halt mal wieder dessen bewusst wird, so es muss kein Mitte-30-Jähriger Kanadier sein, der aus der IHL kommt so und keine Ahnung, mal zwölf NHL-Spiele irgendwo gemacht hat, der jetzt für viel Geld im schlimmsten Fall dann noch hier in die Liga geholt werden muss und hier alles kurz und klein schießen soll. Also das wäre ja schon einfach eine Erkenntnis, die ich mir halt wünschen würde, wenn das halt wenigstens aus der ganzen Schoße hier hängen bleibt. Flo, hast du noch einen Gawanka der Woche? Einen Gawanka der Woche? Da habe ich tatsächlich, bin ja vorbereitet, ich habe ihn genommen, weil, also ja, ich war auch erst am überlegen, ob wir beide den Namensschöpfer da zu ehren, weil mir das schon fast klar war, dass du das ansprichst. Ich werde vorhersehbar. Ja, also mittlerweile kämen wir uns ja und nee, und dann habe ich überlegt, ich so, nee, das kannst du nicht machen, willst du ein bisschen Abwechslung haben und sonst was und der ist mir auch schon ähnlich, wie ich letzte Woche schon für den Führer gesprochen habe, habe ich den auch schon so ein bisschen auf der Beobachtungsliste. Nach dem Wochenende will ich ihn jetzt nennen, aber er ist auch noch mit einem kleinen Schulterklopper, so, Keule, da geht noch was. Das ist Ryan McIrnan. Ich finde, er spielt diese Saison eigentlich die offensive Verteidigerrolle, die er, glaube ich, letzte Saison schon ein bisschen öfter hätte zeigen sollen. Ich finde, auch wenn er nicht groß punktet und sonst was, wie gesagt, so was ist mir ja scheiße, ja, aber du siehst ihn halt vor allem im Powerplay in der Kombi halt mit Zengale, White und Fokou an der blauen Linie nimmt er nochmal eine ganz andere Position rein, so, schießt viel, guckt viel, so, auch bei 5 gegen 5, bei weitem Offensiver und wie gesagt, jetzt nach dem Wochenende auch nochmal umso mehr ins Auge gefallen und daher würde ich mir halt wünschen, sein Spiel, was er jetzt halt beizubehalten, zu verfestigen, so, vielleicht doch noch den einen oder anderen Punkt dazuzusteuern und dann können wir auch an dem richtig Spaß haben und dann kann er, glaube ich, auch richtig die Rolle übernehmen, für die er hierher geholt worden ist. Ja, teilt sich so ein bisschen, wolltest du mich gerade fragen, ob ich mitgehe? Ja, das ist mir ja wichtig, weißt du, auch deine Meinung ist mir immer wichtig. Aber es spielt ja eigentlich keine Rolle, weil es ist ja deine Wahl zum... Ja, du und sei es einfach nur, dass du sagst, nee, hast du recht? Nee, so schlimm finde ich die Wahl jetzt nicht. Reicht mir. Bisschen, bisschen überraschend, glaube ich. Ich hätte... Ja, darum geht es ja. Ja, aber teilt sich, glaube ich, aktuell so ein bisschen die Positionen des Nummer-Eins-Verteidigers mit John Ramage, also der eine ist 1A, der andere ist 1B, würde ich fast sagen. Wir haben ja fast identische Eiszeiten, wobei der eine, also Ramage, der ja für mich auch ein total unterschätzter Verteidiger ist, aber der halt vor allem defensiv seine Aufgaben hat und dadurch halt dann auch weniger in Erscheinung tritt, der ja dann, also ich meine, was Ramage in der Defensive, andersrum, was Markierenden offensiv und vor allem im Powerplay ist, wie du es gerade beschrieben hast, ist Ramage in der Defensive in Unterzahl. Also das sind sogar die Eiszeiten. Also das, was Markierenden im Powerplay spielt, die Eiszeit, das sind knapp 23 Minuten, die er bisher in der Saison gespielt hat, im Powerplay allein und Ramage hat fast 27 Minuten in Unterzahl gespielt. Also die sind da, also man erkennt schon ziemlich eindeutig, wer welche Aufgabe so im Spiel hat und insofern, ich finde Markierenden tatsächlich noch nicht so auffällig. Ich finde aber, dass er, ich habe sogar eher den Eindruck, dass er sich ein bisschen zurücknimmt und sich mehr auf seine, seine tatsächlichen Stärken beruht, beruft, also dass er noch mehr, noch schneller im Aufbau ist und, und, und auch so ein bisschen die Jungs machen lässt. Also gerade wenn er mit der, mit der Sängali-Reihe auf dem Eis ist, dass er den, den Puck gibt und dann, also selber gar nicht so viel mit der Scheibe nach vorne macht und dadurch sieht man ihn dann vielleicht hier und da weniger, aber er spielt kluge Aufbaupässe und ist dann halt da. Genau, hast du praktisch das nochmal detaillierter wiedergegeben, was ich halt meinte. Okay, dann habe ich dich da vielleicht nicht ganz so richtig verstanden. Oder ich habe mir einfach ungünstig ausgedrückt. Das ist ja, das kennt man ja nun. Dafür machen wir jetzt auch schon ein paar Mal Podcasts hier, also. Genau. Ne, aber, ja klar, aber Ravage hatte ich tatsächlich auch auf der Liste, hat mir aber in dem Wochenende jetzt doch so den einen oder anderen kleinen oder den einen oder anderen kleinen Fehler zu viel gemacht, der so. Deswegen steht da weiterhin auf der Liste, aber bekommt diese Woche noch nicht diesen glorreichen Award. Okay, vielleicht dann nächste Woche, wenn wir uns wiederhören, ich wollte jetzt nochmal eine Sache kurz nachschauen, und zwar ist mir heute noch was aufgefallen, und zwar einfach nur mal ein Detail, wo unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen mal in den nächsten beiden Spielen nachschauen können, und zwar spielen die Eisbären am 19.1. Dienstag gegen die Kölner Haie und am 21.1. gegen die Fischtorn-Pinguins aus Bremerhaven, und ich denke mal dann zwischen Donnerstag und Montag, bevor die Eisbären dann wieder spielen, werden wir uns dann hier auch wiederhören, mit kurzer Wechselnummer 10 dann schon. Aber in den zwei Spielen, könnt ihr mal darauf achten, Parker Tuomi ist 1,78 groß, ich glaube, er hat den längsten Schläger im Spiel, im Team der Eisbären. Ich finde das unverhältnismäßig, wie lang sein Schläger im Verhältnis zu seiner Körpergröße ist. Also es ist ja nicht unüblich, dass Spieler kurze Schläger spielen, aber dass Spieler verhältnismäßig lange Schläger spielen, kenne ich eigentlich nur bei Verteidigern und nicht bei Stürmern. So. Das ist jetzt quasi der rosa Elefant, den ich jetzt bei euch platziert habe, auf den ihr mal Dienstag und Donnerstag achten könnt. Und dann vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, an Ed Hauptstadt Eishockey oder an mich Ed Bietboulette oder Ed Flo einfach mal schicken, ob euch das auch aufgefallen ist oder ob es schickt uns eure Schlägerfotos schickt uns Schlägerfotos, genau. Wir reden hier eine Dreiviertelstunde über irgendwelche Wir reden über harten Fakten und anschließen und zum Ende haut er ich glaube, der Schläger ist dann schon lange im Gegensatz zu seinem Körper. Ist ja leider jetzt auch aufgrund der Pandemie und jetzt natürlich auch wegen Arbeitszeiten und so ja auch nicht möglich jetzt immer so nah heranzukommen und sich da so nah hinzustellen und das zu sehen oder ihn vielleicht auch mal darauf anzusprechen. Ey Parker, ist das überhaupt deiner? Es kann auch sein, dass es einfach nur seine Körper Behaltung ist, wie er mit seinem also weißt du, das ist einfach nur dadurch, dass er sich vielleicht nochmal ein bisschen kleiner auf dem Eis macht, dass der Schläger dann noch verhältnismäßig lag. Aber ich hatte heute zwei, drei Situationen, wo ich mir gedacht habe, der Schläger sieht nicht aus, als wäre es seiner. Der sieht so deutlich länger aus und gerade bei 1,78 fällt es vielleicht dann nochmal mehr auf. Naja, ich sag mal, jetzt müssen wir die obligatorische Geschichte bringen, die ich glaube, ich wieder erwarte. Die Corrivo-Geschichte? Genau, die Corrivo-Geschichte, der Hennung mit dem Schläger gespielt hat, der gefühlte 30 Zentimeter lang war und teilweise das Ding echt nur zur Deko hatte. Florian Busch übrigens auch, ne? Würden wir dann gerne mal vergessen. Das wollte ich gerade sagen, genau. Deswegen hat er und Hörtler auch Ewigkeiten beide mit dem gelben Schläger gespielt, weil Buschi immer die alten Schläger von Hörtler aufgetragen hat, mehr oder weniger. Und dann ist irgendwann Hörtler vom gelben Schläger weggekommen und Buschi hat jetzt Markenzeichen oder was auch immer aus Gewohnheit weiterbehalten, dass die halt gelb waren. Von daher... Aber Buschi hat da auch einen verhältnismäßig kurzen Schläger gespielt. Nicht Corrivo, nicht Hüfthoch, nicht Hüfthoch, aber schon doch deutlich... Der Corrivo war ja... Der war halt so nicht sehr groß, aber Hüfthoch ist schon... schon großzügig. Ja, okay, dann lass es vielleicht Bauchnabel hoch gewesen sein, aber es war jetzt... Und das hat man ja auch leicht gesehen, weil Herr Corrivo hat ja immer mehr oder weniger nackig gespielt. Ja. Der hat ja keine Schwitzwäsche, er hat ja 1 zu 1 seine Schoner auf die blanke Haut getragen. Das ist das Schlimmste der Welt, wenn ich das... Das ist so eklig, wirklich. Ich glaube, wenn der sein Zeug zum Ende der Saison, das musst du verbrennen und aus dem Rauch ist so ein toten Kopf. Beim Hobbyhockey manchmal, wenn ich das so sehe, dass so Leute, die mitspielen, dann einfach so sich ihre Sachen überwerfen. Ich will dann immer noch meistens nochmal so ein Schwitzshirt nochmal extra dabei. Dann will ich das manchmal einfach nur so hinhalten und so anwitzen. Also, es wird dir passen. Ich habe gedacht, du stehst dann während des Spiels immer mit so einem kleinen Deo dahinter. also... Ey, das ist... Na, egal. Wenn du hoffst, dass der nächste Wechsel bald kommt, weil du neben deinem Teampartner nicht mehr sitzen kannst auf der Bank, dann weißt du, dass es soweit ist. Du, ich habe 17 Jahre Judo gemacht. Lass uns über Körper und sonst was gerne später reden. Ich glaube, ich habe vieles und fast alles gesehen und mitgekriegt und gerochen. einen Tiefbau habe ich auch gemacht. Komm. Ja. Was soll es? Was soll es? Genau. Oh, wacke. Was eine Episode, Alter. Ja, war doch schön. Also, ja. War dufte. So stelle ich mir das vor. Ja. An das Tutti. Wenn wir jetzt im Nachgespräch auch direkt schon noch im Podcast gehabt haben, dann können wir eigentlich gleich umlegen, wenn ich jetzt... Genau. Wir fangen schon an zu Berlinern. Jetzt ist alles vorbei. Ja, das ist hier... Ernst Berlin ist eh eine Wolke. Ich sage es dir. Das ist hier Nackenschelle und ab ins Bett sage ich dir. Ja, danke fürs Zuhören. Folgt uns, abonniert uns, schreibt uns eure Eindrücke von Parka Tour und mich Schläger. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, Episode, kurzer Wechsel, Nummer 10, dann irgendwann zwischen... Jetzt habe ich es schon zugemacht. Ach nee, irgendwann zwischen Donnerstag und Montag 25. der Erste, irgendwo dazwischen wird der kurze Wechsel Nummer 10 auf jeden Fall dann kommen. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschö. Jetzt wollte ich wirklich auflegen und nicht die Aufnahme beenden. Das wäre lustig, wenn du so hinten noch eine Dreiviertelstunde... Hatti, haben wir noch Cola? Hauptstadt Eishoffi in der Block, die machen gute Sachen. Guck mal, haben wir noch Curry King? Ding.